Festhalten! Gas! Irgendwo da oben muss es sein. Der Ausulenberg. Die größte unentdeckte Höhle Deutschlands. Wir werden sie finden. Thomas ist seit über einem Jahr verschwunden. Es gibt keinen Beweis, dass er nicht mehr lebt. Du musst sofort kommen. Ich werde die Höhle finden. Dann müssen die ihm alle glauben. Weißt du, wie weit das ist da hoch? Abo! Was machst du denn hier? Ich wollte eigentlich nur fragen, ob ich mitkommen kann. Komm sofort zurück! Ich bin ein Vampir. Komm schon, ich bin's doch nur. Scheiße! Der Teich ist erst der Anbeginn. Sein Herz führt ihn zur Quelle hin. Ich sage, es ist eine verschlüsselte Wegbeschreibung. Hä? Ich check's nicht. Man kann sich nicht einfach was ausdenken. Das wird dann wahr. Das hab ich nie! Was ist da weg? Was man träumen kann, das kann man auch erreichen. Das hat mein Vater immer gesagt. Glaubst du eigentlich, ich bin verrückt? Klar. Aber mach dir keinen Kopf, Crazy Kid. Es gibt doch hier viel zu viele Normalos. Ey! Fatboy und Crazy Kids da oben an die Welt! Zeit! Komm schon! Man muss im Leben so viel träumen, wie man nur kann. Papa? Was für dein beste Sommer meines Lebens? Oder war was? I'm not. Bar du Zau! Peter! Oh, 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 oh!